Hi, ich nähe heute die Sitzpolster für unseren Wohnwagen und nehme euch dabei mit. Hinter mir ist schon alles gerichtet. Da liegen 8,5 Meter Stoff und mein Plan, nachdem ich das zuschneide, ich werde das mit einem weichen Bleistift alles anzeichnen. Das wird man nachher dann eh nicht mehr sehen, weil ich mir das außen an den Nahtzugaben anzeichne. Lineal, Maßband, genau. Ich zeige euch jetzt mal, wie ich auf die 8,5 Meter gekommen bin. Zuallererst habe ich mir einen Plan gemacht, wie die Schnittteile nachher alle aussehen und wie groß sie sind. Dafür habe ich jedes einzelne Kissen genommen, beziehungsweise bei uns sind die immer paarig, also ich kann es immer zweimal zuschneiden für die rechte und linke Sitzbank. Und die sind ziemlich schematisch aufgebaut. Also es gibt ein großes Teil, das vorne und dann hier hinten so runter geht. Bei den kleinen Polstern mache ich jetzt hier keinen anderen Stoff rein. Das haben die gemacht, um von dem teuren Stoff zu sparen. Die schönen 90er Jahre. Genau, das mache ich aber nicht, dann kann ich die nämlich nachher auch wenden. Also ich habe mir dann quasi das Teil hier gemessen. Das hat jetzt 72 und zwei Zentimeter Nahtzugabe. Das heißt, mein Schnittteil ist 74 auf, das sind jetzt 70 Zentimeter plus zwei Zentimeter Nahtzugabe, gibt 72. So groß ist das große Schnittteil vom ganz kleinen Polster. Und dann gibt es hier noch zwei Seitenteile. In das erste Seitenteil wurde der Reißverschluss reingenäht. Das endet dann hier. Die Reißverschlüsse haben wir rausgetrennt und nehmen die einfach wieder. Die waren noch gut. Und das hier besteht natürlich aus zwei Schnittteilen. Da habe ich mir dann auch einfach die Länge gemessen, wieder Nahtzugabe dazu gemacht und die Breite mit den Nahtzugaben. Und habe mir dann so quasi ein Schema erarbeitet, dass ich nachher alles hier drauf zeichnen kann. Genau, und das andere Teil ist halt nur eins. Also die hier gibt es quasi viermal, weil es zwei Polster sind und das Schnittteil ist identisch, rechts und links vom Reißverschluss. Und so sieht es jetzt halt bei mir aus. Da sind alle einzelnen Schnittteile drauf mit der Größe und wie oft ich die brauche. Und dann habe ich mir einmal die Stoffbreite, die Flatterstoffe, der ist 1,48m breit und habe mir das so quasi, also das wäre jetzt 1,48m hier rüber und dann einfach Linien nach unten. Und dann habe ich jedes einzelne Schnittteil mir hier so abgezeichnet. Also ich würde jetzt für das große Teil von der großen Bank, für die Lehne, würde ich 46,5cm in der Länge von dem Stoff brauchen. Und das Ganze zweimal, dann das andere Teil und hier unten habe ich mir die Teile auch gegen den Fadenlauf reingesetzt, weil ich sonst nachher viel zu viel Stoff brauchen würde. Genau, und so bin ich dann auf die 8,5m gekommen. Da sieht man jetzt hier ist dann nachher Ausschuss, das kann ich nicht verwerten und hier unten ist dann auch noch ein Rest. Und der Rest ist dann genau eingeplant und genau nach dem Plan werde ich mir das jetzt auf den Stoff aufzeichnen. Was ich hier gerade mache, ist herausfinden, wo jetzt die gerade Kante ist, weil das ist eindeutig rumgeschnitten worden. Ich habe mir eben jetzt das einmal umgeklappt, die Kanten aufeinander gelegt auf beiden Seiten und ein bisschen angedrückt, damit ich hier so eine Falte habe. Und jetzt kann ich überall den gleichen Abstand nämlich messen und kann das dann so anzeichnen. Ja. 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 So sieht es aus, ich habe das jetzt in einzelnen Häufen sortiert, also jeder Haufen gibt nachher den Bezug für ein Polster. Jetzt muss ich mir noch einen Stoff abbügeln, das gibt die Rückseite von den großen Sitzpolstern. Das mache ich jetzt aus einem Stoff, den ich schon habe, um Stoff zu sparen, eben von dem gekauften. Mit dem hier weiß ich eh nichts anzufangen. Aus den beiden Stoffen hier schneide ich jetzt die Rückteile raus. Vielleicht sieht man die Polster hier hinter mir, dass die hinten eben beige sind, um Material zu sparen. Ich habe jetzt schon angefangen, die Reißverschlüsse reinzunähen. Hier sieht man alle vier Schritte, die ich dafür gemacht habe. Hier im ersten Schritt habe ich das, also die zwei Teile, wo der Reißverschluss dazwischen kommt. Die habe ich mit zwei Zentimeter Nahtzugabe mit größtmöglichem Stich zusammengesteppt und auseinander gebügelt. So gut es ging, weil der Stoff verträgt die Hitze nicht so gut, der zieht sich dann zusammen. Dann habe ich den Reißverschluss hinten dran gesteckt und zwar macht ihr dafür erst eine Seite. Also ihr seht, ich habe die Nadeln immer gegengleich gesteckt. So kann ich nämlich mit der Nähmaschine jetzt schön hier so lang nähen und kann die Nadeln immer schön in meine Richtung rausziehen und hier nähe ich dann so lang. Und hier könnt ihr nämlich genau fühlen, wo dann die Raupe vom Reißverschluss ist, indem ihr rechts und links den Finger hin macht und dann muss die Naht genau auf der Mitte drauf sein. Und das habe ich dann abgesteppt mit dem Reißverschlussfuß. Am Ende, da ist der Zippard drunter, da kommt man jetzt nicht richtig hin mit der Maschine. Also habe ich sie jetzt mal gelassen und wenn man das dann aufgetrennt hat, hier bin ich einfach mit dem Nahtauftrenner so lang gefahren, aber vorsichtig sein. Dann kann man nämlich hier oben den Reißverschluss aufmachen und dann kann man hier noch absteppen. Bei meinen Sitzpolstern muss ich jetzt noch die langen Teile, die an den schmalen Seiten ringsrum gehen, also fast ringsrum. Hier habe ich das große Teil nämlich so gemacht, dass es hier komplett einmal so rum geht über die Flächen und die langen Teile gehen jetzt eben einmal hier so lang. Hier ist das Teil, wo der Reißverschluss drin war und eben das andere Teil. Und die muss ich jetzt zusammennähen. Dazu mache ich den Reißverschluss jetzt mal ein bisschen weiter zu, damit ich mir nachher sicher bin, dass die Teile auch, weil es eben hier nicht passt. Danach kann ich die nicht richten, dass das nachher nicht geschoben ist. Und stecke mir das aufeinander. Wenn ich jetzt das hier genau so zusammenlege, dass die beiden Stoffkanten aneinander sind, dann bin ich mir nachher auch sicher, dass der Reißverschluss nachher nicht rausguckt. Das steppe ich jetzt gerade bei 1 cm ab. Damit ich jetzt nicht bügeln muss, weil der Stoff so empfindlich ist und auch, dass ich das nachher nicht wieder umklappen kann, kappe ich mir jetzt die Naht. Also ich lege die ganze Nahtzugabe in die Richtung, weil der Reißverschluss lässt sich schlecht in die andere Richtung biegen. Und steppe jetzt hier einmal ab und halte es dabei schön unter Zug, dann ist es quasi wie gebügelt. Genau gleich habe ich das gemacht bei den großen Teilen für die großen Polster, wo ich auf der Rückseite jetzt einen anderen Stoff eingesetzt habe, um Stoff zu sparen. Und da habe ich die Naht auch einfach gekappt und mir so das Bügeln gespart. Und das bleibt dann für immer so flach liegen. Also bis jetzt war es noch easy. Jetzt kommt der schwierige Teil. Also ich habe jetzt nur noch zwei Schnittteile pro Polster. Einmal das lange, das außen rum geht mit dem Reißverschluss. Und einmal das große, das einmal die Sitzfläche und die Fläche, wo das Polster nachher aufliegt ist. So. Jetzt sind die Sitzpolster. Fangen wir mal hier an. Hier beginnt quasi das lange Teil. Und man sieht, hier ist eine Rundung drin. Ich habe die aber rechteckig zugeschnitten. Also die erste Möglichkeit, die ich mir überlegt habe, wäre gewesen, ich mache einen Schnitt dafür. Da hatte ich aber keine Lust zu. Jetzt die nächste Möglichkeit, das zu lösen, wäre, mir hier Rundungen reinzuzeichnen. Also auf einem Zentimeter Nahtzugabe. So, dass die Strecke von der Rundung nachher genau die gleiche Länge hat, wie die, wo ich es dran nähe. Habe ich aber auch keine Lust drauf. Deswegen werde ich die Teile jetzt einfach aneinander stecken und das dann in den Kurven. Also es hat hier nur hier und da, wo das Teil endet, hier ist es rund. Also hier verläuft es halt gerade und hier wurde eine Ecke reingenäht. Das zeige ich dann auch, wie das geht mit den Ecken. Genau. Und so fangen wir jetzt einfach in der Mitte an, quasi hier, die Teile dran zu stecken an sich. Ich feitere das jetzt einmal in der Mitte. Und Makneme die. In der Mitte von dem Teil an beiden Seiten. Und die Mitte von dem Teil hier. Das ist jetzt gerade bei Regeln. Das ist die hier. Die markiere ich mir auch und von dort fange ich dann an zu stecken. Ich stecke mir hier einmal die Mitte aufeinander. Und jetzt nehme ich mir die andere noch. Und stecke die auch aufeinander. Und stecke mir jetzt die beiden Längen. Das ist jetzt... Hier habe ich mir die Mitte markiert jetzt. Und aufeinander gesteckt. Und die Längen jeweils, also viermal von der Nadel jeweils an die Ecke. Die stecke ich mir jetzt zusammen. Ich nähe so, wie ich gesteckt habe. Und zwar immer von der Nadel in der Mitte bis an die Ecke. So, hier ist die Ecke. Ähm... Genau. Und dann zeige ich das gleich, wie das geht. Mit der Ecke mit dem Einschneiden. Und weiter nähen. So, ich nähe mich jetzt der Ecke. Und ich markiere mir die jetzt. Also hier, wo läuft das untere Teil. Und dann ist sie genau einen Zentimeter weiter oben. Und ein Zentimeter rein. Also hier ist die Ecke. Und stellen wir dann auf einen kleineren Stich. Und jetzt steckt die Nadel genau in der Ecke drin. Dann mache ich mir den Fuß hoch. Und schneide nur diese obere Schicht. Also die gerade. Hier unten ist die eckig geschnittene. Und die gerade Schicht hier, die schneide ich mir jetzt bis zur Nadel ein. Vorsichtig. Dann... Dann nehme ich mir das untere Teil und drehe das. Und ich will jetzt in die Richtung hier weiter nähen. Und kann mir jetzt dadurch, dass das obere Teil eingeschnitten ist, ist keine Spannung mehr drauf. Kann ich mir jetzt einfach so nähmen. Zack. Hier die Nahtzugaben wieder schön aufeinander legen, die Kanten. Dann kommt es wieder runter. Und weiter nehmen. Hier mal ein schön kleiner Stich. Und jetzt kann ich den Stich wieder größer machen. So sieht dann die schöne Ecke aus. Von der anderen Seite. Und das gleiche Spiel kommt jetzt an jedem Polster viermal. Jetzt nähe ich von hier in die nächste Ecke. Gleiches Spiel. Und auf der anderen Seite nochmal genau gleich. Das sieht jetzt schon fast fertig aus. Ich habe jetzt erstmal den Reißverschluss hier ein Stück aufgemacht, sonst komme ich dann nachher nicht mehr dran. Und jetzt geht es dran, die Ecken hier, beziehungsweise Rundungen, irgendwie zusammen zu kriegen. Hier habe ich ja eine Mitte. An dem anderen Teil markiere ich sie mir jetzt mal. Und kann mir jetzt wieder die Mitten aufeinander stecken. Und jetzt versuche ich eben, so lange wie es geht, hier noch so geradeaus zu gehen. Und mache das immer parallel auf der anderen Seite symmetrisch quasi. An der oberen Kante gehe ich auch noch ein Stück gerade. Auf der anderen Seite genau gleich weit. Und jetzt verteile ich mir hier die Rundung so ein bisschen und stecke sie fest. Dabei muss man beachten, dass es hier, nicht hier außen muss es flach liegen, hier ist es jetzt gedehnt, sondern hier, wo man nachher näht, also bei einem Zentimeter, dort muss es flach liegen. Auf der anderen Seite mache ich es jetzt genau gleich. Ich habe es jetzt so vor der Nähmaschine liegen, dass meine Ecke unten ist. Weil ich ja hier einen Zentimeter Nahtzugabe nähen muss. Und außerdem kann ich dann kontrollieren, dass hier keine Falten drin sind. Die Seite liegt ziemlich flach, da ist es unwahrscheinlich, dass Falten rein gehen. Deswegen die schwierige Seite nach oben nehmen. Ist recht schön geworden. So, leichte Fältchen kann man oftmals noch so rausschieben, wie die hier jetzt. Ich habe nach dem Zusammennähen noch die ganze Naht abgesteppt. Dadurch sind die Nahtzugaben jetzt in das große Teil rein gekappt. Und die Naht beginnt immer dort, wo die Ecke genäht wurde. Geht dann einmal rum, um die Kurve und endet dann in der anderen Ecke. Danke. 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 Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir ein Like da. Abonniert meinen Kanal und falls ihr es noch nicht gesehen habt, ich verlinke mein Wohnwagenrenovierungsvideo in der Infobox oben und auch unten unter dem Video.